Möchtest du verstehen, wieso es dir so schwerfällt, dich tagtäglich auf die Dinge zu konzentrieren, die dich im Leben nach vorne bringen könnten, ob im Sport, im Job oder der Beziehung? Was ist, wenn du mit dem Anwenden einer einfachen Regel, einer Routine, deinen gesamten Alltag, dein gesamtes Leben erfolgreicher und glücklicher gestalten könntest? Nun, sicherlich hast du schon mal von Dopamin-Detox gehört. Tausende an YouTubern berichten darüber, wie sie ein, sieben oder dreißig Tage auf Dopamin-Träger verzichten, indem sie ihr Handy ganz weit hinten in irgendeinen Schrank legen und dann fühlen sie sich nach sieben Tagen wie neu geboren. Doch so funktioniert das Ganze leider nicht nachhaltig, obwohl es dir natürlich einen Einblick darin gibt, wie sich ein Entzug von billigem Dopamin anfühlt, aber dazu später noch mehr. Eine reine Dopamin-Detox-Kur verfehlt nämlich definitiv den eigentlichen Sinn. Denn was bei einer solchen Bootcamp-Methode immer eintritt, ist der nachträgliche Jojo-Effekt. Also das Fallen von wirklich dem allerhöchsten Punkt in das allertiefste Loch. Das heißt, du dümpelst nach der Kur einfach wieder in deiner stinknormalen, ungesunden und unproduktiven Routine rum, aus der du ja eigentlich ausbrechen wolltest. Sprich, du scrollst wieder einfach nur am Handy rum und schiebst die wichtigen Dinge irgendwie auf. Es geht daher nicht um eine Detox-Challenge oder Detox-Kur von Dopamin, sondern um eine nachhaltige und dauerhafte Veränderung durch Kontrolle des Dopaminausschusses. Deshalb dieses Video hier. Ich gebe dir eine Strategie mit drei wichtigen Punkten, die dich eine nachhaltige Routine für dein Leben kreieren lassen, damit du motivierter, fokussierter, produktiver und eben auch, das ist das Wichtige, generell glücklicher im Leben bist. Am Ende des Videos gehe ich zusätzlich darauf ein, wie ich persönlich meinen Dopamin-Haushalt regle. Das wird also eine kleine Mindset-Session hier am Ende, die dir hoffentlich ein authentisches Praxisbeispiel gibt. Also bleib bis zum Ende dran. Bevor ich jetzt jedoch mit der wirklichen Strategie beginne, musst du verstehen, welche Arten von Dopamin es gibt. Ohne dieses Verständnis wird es dir schwer fallen, den Leitfaden, den ich dir an die Hand gebe, zu befolgen. Also als erstes einmal, es gibt das Billige, das Schnelle, das Gefährliche Dopamin, könnte man schon fast sagen. Hervorgerufen durch zum Beispiel Social Media, Zucker, Fast Food und sogar wirklich einfaches Scrollen am Handy. Das sind die Dinge, die dich davon abhalten, in dem Moment das Richtige zu tun. Stichwort Prokrastination oder Aufschieberitis. Das Zweite, das ist das Teure, das Gute, das gewollte Dopamin. Ausgeschüttet, nachdem du lange Zeit auf etwas hingearbeitet hast, beziehungsweise währenddessen bereits. Du kannst es ungefähr damit vergleichen, als wäre das Billige Dopamin Fake Gold. Du kannst es jederzeit ganz viel haben. Jedes Mal freust du dich unendlich darüber. Am Ende hast du jedoch einfach nur einen Sack voll angemalten Plastik. Gold angemaltes Plastik. Das teure Dopamin kannst du nur ab und zu haben, beziehungsweise kommt es ganz gleichmäßig, ohne dieses High Peak und dieses totale Loch. Dafür hast du am Ende allerdings einen Sack voll echtem Gold, welches du gegen alles mögliche andere eintauschen kannst. Zum Beispiel Glück, Gelassenheit, Motivation, Fokus und Produktivität. So, jetzt wo du verstehst, dass es zwei Arten von Dopamin gibt oder verschiedene Trigger, musst du eine Änderung in deinem Leben vornehmen. Ja, denn einfach nur mit Netflix schauen, wird das Ganze leider nichts. Der erste Punkt in meinem Leitfaden für eine dauerhafte positive Dopaminroutine ist, dass du eine Passion, eine Passion, ein Hobby, eine Mission, eine Vision brauchst. Du musst eine Beschäftigung finden, die dir Spaß macht und in der du dich stetig verbessern möchtest. Das kann per Definition nicht sein, dass du dir eine Netflix-Serie anschaust oder stumpf auf TikTok rumscrollst. Es kann aber durchaus sein, dass du deine Koch-Skills verbessern möchtest und daher auf YouTube täglich Tipps und Tricks findest, die du dann auch tatsächlich umsetzt. Es kann auch der Wunsch nach mehr Beweglichkeit sein, weshalb du täglich Neues über Mobilität, also Mobility und Strength Training lernst. Es kann natürlich auch der Wunsch sein, ein nachhaltiges Business aufzubauen, das nicht auf Subventionen aus Steuergeldern angewiesen ist. Und deshalb schaust du tagtäglich Marketing-Videos, baust an deiner Webseite rum und optimierst Vorgänge. Es muss etwas sein, bei dem der Weg so spannend ist, dass du immer weitergehen möchtest. Der Weg ist das Ziel. Der zweite Pfeiler einer gesunden Dopamin-Strategie ist es, den Social-Status von dir und von anderen komplett zu ignorieren. Ignoriere die Follower, die Likes, die Kommentare und den eventuellen Erfolg von diesen Social-Influencern. Setze dich nicht in Relation. Hör auf, dich zu vergleichen. Denn was passiert in dem Moment, wo du den Status anderer durchgehst? Du hast einen gewaltigen Dopamin-Ausschuss. Und dann, wenn du zurückkehrst zu dir selbst, dann fällst du in dieses Loch aus fehlendem, billigem Dopamin, weil du alle Erfolge dieser Person oder eventuellen Erfolge, die diese Person dort präsentiert, auf Social Media noch nicht erreicht hast. Deshalb ist Punkt Nummer 1 so wichtig. Du brauchst etwas, bei dem du dich grandios fühlst, wenn du es selbst machst. Du brauchst intrinsische Motivation. Nutze Social Media daher nur dafür, dich selbst weiterzuentwickeln, mehr zu lernen und neue Ideen für deinen eigenen Weg zu finden. Punkt Nummer 3 sind gezielte Blockaden. Kreiere Blockaden, die dich vor billigem Dopamin schützen. Das können zum Beispiel Adblocker, abgestellte Notifikationen auf dem Handy sein, es können gesperrte Webseiten auf deinem Laptop sein, zumindest während einer bestimmten Zeit, zum Beispiel wenn du arbeitest. Auch Handy umdrehen und Apps deinstallieren, all das sind konstruktive, positive Blockaden. Bei der Ernährung sieht es ähnlich aus. Gehe nur mit Einkaufszettel einkaufen, lass den Gang mit den Chips und den Gummibärchen aus, damit du zu Hause dann nicht eben am billigen Dopamin-Tropf hängst. Und gerade Punkt Nummer 3, ja, hört sich extrem aufwendig an, aber diese ganzen Blockaden dienen eben am Anfang dazu, dich bei deiner neuen Dopamin-Routine zu unterstützen. Nach 30, 60 Tagen kannst du dir die Blockaden gezielt anschauen und neu evaluieren, indem du dich dann wirklich ganz ehrlich selbst fragst, welche Aktivitäten wirklich mit dir resonieren und dich auf deinem Weg unterstützen. Ja, zum Beispiel könntest du dich fragen, hey, bringen mir TikTok-Videos etwas? Bringen sie mir einen wirklichen Mehrwert? Vermutlich nicht und du kannst die App deinstallieren, aber vielleicht inspirieren dich die Videos, weil du selbst einen, keine Ahnung, lustigen YouTube- bzw. TikTok-Channel hast. Dann macht es natürlich Sinn, TikTok für genau diesen Zweck zu nutzen. So, ich hoffe, das Video hat dir bis hierhin geholfen. Gib mal einen Daumen nach oben, lass ein Abo für den Kanal da, für mehr solcher Inhalte. Und jetzt möchte ich noch eine spannende Erkenntnis oder eine Studie aus Versuchen mit Schulkindern teilen. Was sich total schrecklich anhört, ist ganz harmlos. Die Studie mit Kindern haben nämlich gezeigt, dass eine Belohnung am Ende einer ausgeführten Aufgabe dazu führte, dass die Kinder die eigentliche Aufgabe, welche sie zuvor mit größter Freude ausgeführt haben, deutlich, deutlich weniger gerne machten als zuvor. Der Fokus dieser Kinder verlagerte sich komplett auf die Belohnung am Ende der Aufgabe. Und daher ist es so wichtig, dass du dich auf den Weg konzentrierst und Ziele nur als einen Leitfaden nutzt. Auf diese Weise hast du ein unendliches Dopamin-Buffet zur Verfügung, aus dem du tagtäglich schöpfen kannst. Ziele sind jetzt generell nichts Schlechtes. Es ist sogar nötig, um auf dem korrekten Weg zu bleiben. Doch du solltest Ziele eben nicht mit nötigem Erfolg gleichsetzen. So, dann schreib mir bitte mal in die Kommentare, wie regelst du deinen Dopamin-Pegel? Und wusstest du, dass Koffein auch einen Einfluss auf unser Dopamin-Haushalt im Kopf hat? Mehr dazu in meinen Videos rund um Koffein, also negative Eigenschaften, positive Eigenschaften. Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da. Und jetzt noch mein persönliches, wie mache ich das mit der Dopamin-Kontrolle? Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, dein Sebastian von Guia. Ciao. So Leute, wieder von meinem Dach. Glaubt nicht alles, was die YouTuber euch da draußen erzählen. Sieben Tage Social Media, Zucker, Netflix, Junkfood, Detox-Kur bringt nichts. Diese Bootcamp-Methoden sind gut, um dich in Stimmung zu bringen, aber schlecht, wenn es darum geht, wirklich nachhaltige Erfolge zu erzielen. Es gab eine Zeit, da war ich definitiv zuckersüchtig. Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her und zu diesem Zeitpunkt hatte ich uneingeschränkten Zugang zu Backwaren. Ich habe zu der Zeit bei einem Bäcker gejobbt und konnte immer die Restwaren mitnehmen. Und gefühlt habe ich zu der Zeit täglich eine ganze Torte verdrückt. Und erst ab dem Punkt des totalen Schmerzes, als ich den erreicht hatte, was in meinem Fall logischerweise irgendwie Bauchschmerzen und Foodkoma war, da konnte ich mein Ziel definieren. Und es war ein ganz einfaches Ziel. Einfach keine süßen Backwaren mehr mit nach Hause nehmen. Und dieses Ziel führte dann wiederum zum nächsten, sodass ich tatsächlich fast ein Jahr keinen Zucker mehr zu mir genommen habe. Das habe ich tatsächlich so gemacht, und dass ich wirklich beim Einkaufen auf alles hinten drauf geschaut habe, um zu sehen, ob dort Zucker enthalten ist. So, warum erzähle ich dir das? Weil ich nochmal betonen möchte, wie wichtig der erste Punkt ist der Strategie. Nämlich deine Mission, deine Vision, deine Passion. Dabei ist es wirklich völlig egal, ob diese Mission aus einem Schmerz heraus entsteht oder aus reiner Zukunftsmotivation. Du brauchst intrinsische Motivation. So, wie gehe ich jetzt heutzutage mit Dopamin um? Ich habe Social Media, ich nutze Social Media, ich esse Zucker, ich esse auch Junkfood, ich gucke auch Serien und Filme, und dennoch schaffe ich es, mich täglich acht bis zwölf Stunden auf meine Arbeit zu konzentrieren, Sport zu machen und Zeit mit Freundinnen und meinem Sohn zu verbringen. Wie geht das? Es geht nur mit Regeln. Und ganz viele sagen immer, uh, Regeln sind was ganz Schlechtes. Und das stimmt, wenn diese Regeln von außerhalb kommen, ja, wie zum Beispiel von der Politik, die dir mal das Mögliche vorschreibt, wenn sie allerdings aus dir selbst heraus kommen, dann sind sie gut. Und meine Regeln sind ziemlich einfach. Als allererstes, jetzt kommt hier ein Auto, so, als allererstes Social Media ausschließlich als Inspiration nutzen. Zweites, Zucker und Junkfood in absoluten Maßen essen. Das heißt zum Beispiel, dass eine Chipstüte bei mir gerne mal drei Wochen hält und doch ist es mal geil, Chips zu essen. Aber die Kontrolle über das Dopamin behalte ich. So, und drittens ist Journaling. Ich mache das mit einer einfachen To-Do-Liste wie dem Focus Journal, welches du während Black Friday von mir gratis bekommen hast. Das hilft mir, den Tag über fokussiert zu bleiben und aus diesem Topf von Dopamin einen ganzen Tag lang zu schöpfen. So, es ist Wochenende. Ich verbringe jetzt Zeit mit der Family. Wenn du bis hierhin geschaut hast, mega cool, vielen Dank. Dann schreib mal in die Kommentare deine Lieblingsfarbe, dann weiß ich, dass dich solche Inhalte interessieren. Und ich denke, meine Lieblingsfarbe ist grün. Ich schreibe das auch unten in die Kommentare. Und dann, like always, stay positive, stay energized. Dein Sebastian von Guja. Ciao, bis zum nächsten Mal.